FC Bayern München News und Gerüchte FCB will angeblich Sadio Mane loswerden, so hoch soll die Geldstrafe gewesen sein. FC Bayern Gerücht FCB will Sadio Mane wohl loswerden. Nach Informationen von Sky könnten sich die Wege formen. FC Bayern München und Sadio Mane im Sommer nach nur einer Saison schon wieder trennen. Demnach wolle der deutsche Rekordmeister den Senegalesen unbedingt loswerden. Das hätte mehrere Gründe. Zum einen würde Thomas Tuchel sportlich nicht mit dem Angreifer planen, da er für Mane keinen geeigneten Platz in seinem System sehen würde. Zum anderen soll der 31-Jährige intern kritisch gesehen werden. Mane hatte sich nach dem 0-3 im Viertelfeiner-Hinspiel gegen Manchester City eine handfeste Auseinandersetzung mit Leroy Sané geliefert und dessen Lippe dabei sogar blutig geschlagen. Für das Spiel gegen die TSG Hoffenheim wurde er suspendiert, zudem erhielt er eine Geldstrafe. Außerdem hatte er sich berichtend zufolge vor den Augen seiner Mitspieler schon mit seinem ehemaligen Trainer Julian Nagelsmann angelegt. Im Sommer war Mane für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gewechselt. In 32 Pflichtspielen gelangen ihm elf Treffer und fünf Assists. Sein Vertrag ist noch bis 2025 datiert. Bei welchem Verein es für Mane weitergehen könnte, geht aus dem Bericht von Sky nicht hervor. Eine Rückkehr zum FC Liverpool kommt laut dem Football Insider nicht in Frage. FC Bayern, Gerücht, Geldstrafe für Sadio Mane enthüllt? Sadio Mane musste für seinen Streit mit Leroy Sané offenbar tief in die Tasche greifen. Wie Sky berichtet, habe sich die Geldstrafe auf weit über 300.000 Euro belaufen. Vereinspräsident Herbert Heiner hatte bereits eine für Mane's Geldbeutel schmerzhafte Bestrafung angekündigt. Was nach dem Spiel in Manchester vorgefallen ist, ist nichts zu tolerieren. Er wurde entsprechend bestraft. Die Geldstrafe tut ihm, auch bei seinem Gehalt, weh, sagte er der Bild-Zeitung, allerdings ohne eine genaue Zahl zu nennen. Sollten die Informationen von Sky stimmen, hält Experte und Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus die Höhe der Summe für angemessen. Ich habe auch schon mal eine Wurtschen bekommen von Bigsente Lizarazu. Die war aus dem Moment heraus, da ist was passiert auf dem Platz und fünf Sekunden später hat es gescheppert. Im anderen Fall war die Situation eine Viertelstunde vorher. Man geht in die Kabine rein, irgendwann kommt man runter, aber er ist weitergegangen. Deswegen sage ich, eine absolut korrekte Strafe in der Höhe, erklärte er in der Sendung Sky90. Mane verdient dem Vernehmen nach zwischen 22 und 23 Millionen Euro pro Jahr in München. Sein wöchentliches Gehalt beliefe sich bei einer derartigen Summe auf rund 423.000 Euro. FC Bayern, News, Sadio Mane wird von Fans gefeiert. Die Fans des FC Bayern München haben Sadio Mane beim ersten öffentlichen Training unter der Leitung von Trainer Thomas Duchel frenetisch gefeiert. Als Teil der Trainingsgruppe der Ersatzspieler jubelten die rund 2.400 anwesenden Zuschauer an der Säbener Straße dem derzeit stark in der Kritik stehenden Angreifer zu. Als dieser sich auf den Weg in Richtung der Fans machte. Mane zahlte den warmen Empfang zurück und nahm sich rund 20 Minuten Zeit, um für Fotos zu posieren und Autogramme zu schreiben. Mane zahlte den Aufmerksamkeit.